Hallo, ich bin Yasmin. Hi, ich bin der Domi und ich mache Menschen fitter und gesünder. Und ich bin Instruktorin für die Sportausübung für Menschen mit Behinderung. Circa vor einem Jahr haben wir angefangen, Menschen mit besonderen Bedürfnissen zu trainieren und haben dann sehr schnell gemerkt, dass sie wahnsinnige Fortschritte in kürzester Zeit gemacht haben. Und wir waren uns dann sehr schnell einig darüber, dass es total wichtig für Menschen mit Beeinträchtigung ist, dass sie Sport machen, dass sie sich einfach wahnsinnig schnell weiterentwickeln, dass es für ihre Psyche einen großen Mehrwert hatte und dass wir damit weitermachen wollen. Ja, aus diesem kleinen Projekt mit vereinzelten Menschen ist nachher die Idee entstanden, einfach mehr zu machen, mehr Leute zur Bewegung zu bringen und mehr Leuten zu helfen. Mich freut es ganz besonders, dass wir mit Special Olympics zusammenarbeiten und unsere Athleten bis hin zu den Special Olympischen Spielen trainieren dürfen und sie daran teilnehmen können. Wir werden jetzt im Februar mit dem Projekt starten. Wir freuen uns, wenn uns wer unterstützt, als Partner oder als Sponsor, könnt gern mit uns Kontakt aufnehmen und wir freuen uns drauf. Ihr habt jetzt die Möglichkeit unsere Sportler von Anfang an auf ihrem Weg zu Special Olympics oder sonst noch wohin zu begleiten, meldet ihr euch doch gern bei uns. Die Jasmin kommt ja aus der Branche und da merkt man schon, dass sie das sehr sehr gern macht und dass sie mit Herz dabei ist. Also für dieses Projekt ist der Dominik sicherlich genau der richtige Partner, weil er sich einfach im Sport richtig gut auskennt und aber auch dieses soziale Feeling hat.